Hey, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur zweiten Episode Highland Seek OP Battle mit Team Lisa, Laura. Nee, eigentlich Team Laura, Lisa, so rum. Oha! Ja, wollt ihr nicht Hallo sagen? So ein Kampfschrei oder so was? Hallo! Deswegen werdet ihr auch immer Letzter. Team Loro Gambo. Team Jonas Tim. Hi. Und Team Elina Bengts, die heute den Sieg sich holen werden. Elina. Moins up. Du meinst, das Team, was in der letzten Folge direkt im PvP-Wettel ausgespielt hat. Wir waren nur Vorletzter, das möchte ich hier kurz erwähnen. Wir verstecken uns, let's go. Wir spielen heute eine Map mit besonderer Deko. Ich denke, also ich hab ein bisschen die Vibestars-Logo, das Resource-Pack nicht reinmacht, um zu betrügen. Das werde ich definitiv berücksichtigen bei meinem Versteck. Hab das wirklich drin? Ich schick dir sofort Foto. Foto, Foto. Ach nee, warte, da muss ich aber erstmal ein paar Sachen. Es könnte auch eine Taktik sein, eigentlich Jonas zu suchen und zu snatchen. Ich bin schon viel zu weit weg. Du findest mich niemals. Elina, wir gehen... Oh mein Gott. Ich hab schon selbe Idee. Nee, die ist dumm. Nein, die ist nicht dumm, die ist anders klug. Ich sag's dir, wie es ist. Okay. Sag, das ist dieser Doktor... Bin versteckt. Aber wartet, Elina noch nicht. Warte, ich muss Zeit stoppen. Wir machen sechs Minuten. Auf die Plätze. Fertig. Los. Eine Sekunde ist bereits rum. Das ist wirklich so unfair, einen Hut zu haben, weil Minecraft ein Halloween-Ding da macht. Ich trag diese Suche stolz. Die Sucher sind verdammt leise. Ich hör sie nicht mehr. Die schreiben wahrscheinlich. Das ist doch im Discord. Das ist eine Taktik. Wir sind im Discord, okay. Ich mach gerade Bildschirmübertragung. Joke Logo fliegt im Spectator-Modus rum. Ja, Gambo, der ist da. Gambo hat letzte Episode nicht eine einzige Person gefunden. Das will ich dir nur noch mal erwähnen. Der erste wurde gefunden für das Blatt. Für das Blatt. Ja, das war echt belastend. Gambo hatte letzte Folge gar nichts. Das wäre so, wenn der jetzt wieder keinen findet, muss der jedem von uns einen Geschenkkorb schenken. Gambo, ich schwöre wirklich. Nein! Elina, Mann, das war so wichtig. Let's go, let's go. In der dritten Folge schicke ich dir die Map vor. Ja, dann kannst du dich vorbereiten. Ah, okay, danke. Dann baue ich mir eigene Verstecke. Oh, Mann, ey. Jetzt muss ich wieder, der ganze Druck wieder hier, ey. Oh, Leute, ich bin blockstuck. Eine Minute noch. Oh. Ich bin blockstuck. Ich muss in den Spectator-Modus gehen. Das ist wirklich, du kannst, ich kann dir die Stelle gleich zeigen. Ja, ich glaub dir doch, alles gut. Hier ist überall, hä, hier ist die Map. Ah, Leute. Nein! Yeah! Oh, mein Gott. Boah, jetzt noch Lisa und das wäre es, ey. Aber ich teile mal Lisa auf die Punkte, das kann ein Problem. Ja, Mann. Noch 30 Sekunden. Drei, zwei, eins. Ja, aber hier komm ich nicht raus. Und die Zeit ist rum. So krank. Jawohl, wichtig. Wollt ihr mal ein Profi-Versteck sehen? Profi-Versteck? Das ist so ein heftiges. Kann ich auch mein Profi-Versteck sehen? Das ist so ein heftiges Profi-Versteck. Ich zeige mal mein Versteck an. Ich würde dein Versteck sehen. Zeig dein Versteck. Jo! Geht einfach ein Versteck war auf jeden Fall besser als meins. Egal, ihr habt gereicht. Warte mal, ich war hier nie. Wo ist das? Ich war hier unten, aber dann habe ich... Das ist im Keller. Ja, das war nämlich der Stelle, wo ich da parcourt habe. Auf die Plätze, fertig, los. Elina, du hast jetzt gerade versagt. Ich möchte Performance von dir. Ich habe Logo gefunden. Ich bin der beste Luca. Also das verstehe ich auch, was er gesagt hat. Entweder ist das ein übelst geiles Versteck oder ein richtiges Scheiß Versteck. Ist er mute? Ich dachte, er war so gebrochen, dass er mute gegangen ist. Ich denke mal, das sind Leute, aber das sind Bücher. Dann gehen wir mal in den Keller. Nein. Das. Oh, wichtig. Jawohl. Ich mag jemanden meinen. Nee, nicht. Oh, Mann. Oh, starke. Es tut mir leid. Hast du mich gesehen oder bist du da einfach nur hingerannt? Nee, ich habe irgendwann mal was Gelbes gesehen. Jetzt rass ich. Oh, Elina. Stark. Diese Fässer sind halt so okay. Du brauchst halt Jahre, um die alle abzugraben. Wie sieht es denn mit der Zeit aus? Warst du? Oh, es stimmt. Oh, schon 20 Minuten. Hopla. Oh ja, Zeit ist oben. Ups. Was? Wow. Warte, ich will jetzt wissen, wo die waren. Ich auch. So, zuerst unbedingt Jonas. Jonas war an einer ganz anderen Stelle, ihr Betrüger. Ich wusste aber, dass sie mich verarscht. Und Laura? Sarah hat nichts gesagt. Wir haben nur gelacht. Hä, wie ist denn Laura da hin? Junge, übertreib mal. Eben Schornstein oder was das ist. Eben Treppenhaus. Hilfe. Boah, wie geht das? Naja. Glaube ich. Mann, das Ding ist, ich wollte jetzt sogar aufs Dach. Geht's jetzt los? Boah, schade, das geht nicht. Ich verstecke mich noch. Chillt doch mal. Boah, was dauert denn das so lange? Boah, ey, Ben ist so ein Langweiler, wirklich. Boah, ich hab so'n OP, verschwenke Hilfe. Ich wollte wahrscheinlich gerade die Map und damit sie auch mal... Jo, let's go, Leute. Zeit läuft in 3, 2, 1. 1, let's go, boys. Ich hab wirklich, ich gewinne. Ich will keinen Stress machen, aber eine Minute 30 ist rum. Es wurde noch keiner gefunden. Ja, ich bin gerade festgehalten. So schlecht waren noch nie Sucher. Also, ne, no Hater. No Hater. No Hater, aber so schlecht waren. Wir wollen mal ein paar Statistiken hier auffangen. Hä, ich komm nicht zurück aus dem Spectator-Modus. Ja, hast du aus dem Spectator-Modus? Ich bin festgehangen, hab ich jetzt schon dreimal gesagt. Naja, so krass ist das jetzt gar nicht. Wir kriegen ja auch alle nur 10. Außer ihr findet jetzt noch einen schnell. Das wäre natürlich gut, aber... Vielleicht ganz schnell noch Tim auf schnelle Welle so in den letzten 5 Sekunden. Ja, wir finden hier gar nichts. Drei, zwei, eins. Nachdem ich 800 Jahre im Keller verschweigen bin. Ihr habt echt keinen gefunden. Ich zeig euch gleich mein Versteck, aber ich lasse mal die anderen gucken. Jonas hatte dasselbe Versteck wie ich. Nee, oder? Wir haben... Nee, äh... Warte, warte, ich komm rein. Ja, doch dasselbe. Ja, ja, genau dasselbe. Ich war da, wo Karte... äh, wo Ohnaufer ist. Illegal. Ja, du warst im Schornstein. Ja. Ja, da war ich auch. Aber in dem anderen... Wir waren auch in den Schornstein. Das ist aber auch ein krass illegales... Also, das wäre... Ihr wart auch hier in so einem Ding drin. Ja, ja, ja. Nee. Ey, das war dein Versteck, Logo. Ja. Logo stand einfach in einem Raum. Hallo, aber wenn du weißt, dass man sich da verstecken kann. Gambo wild, aber gar nicht mehr so gut. Gambo? Ist auch nicht gut. Ich wohne auch fast nicht. Also, Gambo hätte ich gefunden. Weil da hab ich nachgeguckt. Da war einfach keiner nach links gefuckt. In meinem Raum war einfach nie... Logo stand einfach in einem Raum. Als ob wir alle wie die größten Vollmoms... Drei Leute waren in dem Schornstein. Boah, ist das traurig. Aber das ist auch ein starkes Versteck, ey. Auf die Plätze. Fertig. Los. Los. Die Zeit läuft. Los. Yeah. Los. Also, Laura, ich weiß nicht, was da jetzt deine Mission gerade ist, aber... Ich wollte nur gucken, wo ich jetzt bin. Willkommen zur letzten und alles entscheidenden Runde. Wunder. Doppelte Punktzahl. Nein, keine doppelte Punktzahl. Außer ich werde nicht gefunden. Dann schon. War von eigentlich... Ach nee, nicht von Tim, ey. Na? Ach, das Versteck war Müll. Nö, Alter. Ja, ist tut mir leid. Unser Team ziehst du in den Schmutz. Ja, das ist kacke. So, ich check jetzt die Verstecker. Ja, das ist echt weit nach unten gezogen. Mann, hättet ihr die nicht vor mir finden können. Laura. Ach nee, Laura war es. So, äh, Gambo ist da. Okay. Äh, Lisa ist da. Okay. Laura wurde gefunden. Laura ist... Hallo, ein sehr starkes Versteck. Elina. Auch ein starkes Versteck. Wir haben zwei starke Verstecke und Gambo. Ich glaube, wir sind tatsächlich Platz 1, Elina. Ich glaube, jetzt mal überschlagen, kann das sein? Gott, gehadet von dir, dass wir da schlecht sind. Hey, nur in der ersten Runde, danach nicht mehr. Hä? Ich konnte dich einfach nicht hütteln. Hä? Hast du den echt gefunden? Alter, nicht schlecht. Ja, weil Ben mich verraten hat. Wahrscheinlich, Mann. Das ist so los. Ich hab gesagt, du hast gutes Versteck. Ja, wenn du das schon sagst, dann gucken die erst recht in die Ecken rein. Was soll das? Jo, jetzt bin ich schuld, dass sie in die Ecken geguckt haben. Drei, zwei, eins. Ende. Tatsächlich hatten Logo und Elina das gleiche Versteck an unterschiedlichen Positionen. Nämlich im Bett. Und ich hier unter der Treppe. Lisas Versteck war tatsächlich ziemlich random, aber hat keiner gefunden. Ich hab das teuerste Schwert gekauft, das Ender-Schwert, haben noch 42 Smaragde übrig. Das ist die beste Rüstung, die Seelen-Anker-Rüstung. Obsidian gibt's aber auch. Hier gibt's die Ender-Block, genau. Aber Ender-Block sieht noch fünf Rüstungen, die viel stärkste kommen. Definitiv. Die Brustplatte haben noch 28. Gleiche Rüstungshärte, ne? Dann tendier ich halt dazu, mir das zu kaufen, das zu kaufen. Und jetzt hier die Hose. Geht nicht auf, scheiße. Das ist ja die Kacke am Dampfen, Leute. Die sind unter die Treppe gerobbt. Hier seh ich mich. Lisa, ich dachte, wir sind befreundet. Ich kann schon nicht mit dir. Ich krieg noch Schaden. Sorry, aber ich krieg keinen Zugweg. Da haben wir diese Falschaussagen hier, ey, Mann, Mann, Mann. Ups, Julia, ich hab ein paar... Ich bin fast tot. Ich zieh anders durch. Nee. Gambo, alter, die Ratte. Das war so klar. Goldapfel hab ich drin. Nein! Ich bin low. Das hat man schon hart getroppt. Äh, wie komm ich denn wieder hier hoch? Ich brauch Support. Dann bleibst du jetzt da unten. Ja, okay. Lisa, du schaffst es. Ich suche einen Weg hoch. Ich hab einen runtergeworfen. Du hast mein Leben gerettet, Lisa. Oh mein Gott, ich küsste dein Herz. Ich wär safe tot gewesen. Gott, wie komm ich denn jetzt wieder hoch? Ah, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Lisa ist hinter dir. Wir kommen. Wer lebt denn alles noch? Ey. Wenn, man kriegt keinen Fahrschein. Keinen Falsaden? Ja, nein. Logo, du Arsch. Logo, du geiles Schütz. Was denn, du Arsch, Lisa? Ich hätt dich weggefetzt. Edina, wo rennst du rum? Ach da. Edina, los, du musst abstauben. Nee, lieber nicht. Die sind zu zweit. Rückzug, taktischer Rückzug. Machen sie einen Rückzug, Halmer. Hey, Logo. Ich bin tot. Ach so, Edina, du bist eins gegen zwei. Ich wurde nur gerespawned. Edina, ich geb dir Stärke 20. Warte. Nee, weil du gestürzt ja nicht. Du wirst schade, ob ich doch dich... Oh, war gebläht. Ich hoffe sehr, euch hat die Folge gefallen. Jonas und Tim haben wieder gewonnen. Das ist ja... Lasst eine positive Bewertung da. Abonniert gerne den Kanal, um nicht zu verpassen. Bis morgen, euer Benson. Ciao.